... mit unter die 35.000 reinen Gärten, 209 reine Partanlagen und an den 250.000 Straßenwäume bei. Vor allem aber von der Karte ist bei den größten Partfrieden der Welt, die den Kursdorfer von Kürtel angewiesen sind. Mit seiner Fläche von fast 400 Ecke hat er erbergte er über 36.000 Räume, 450 Laugen- und Nadelnölzarten und 15 Teiche und Sasselergelände. Achtung, wir halten gleich an unserer nächsten Haltestelle. Der Havisbruderweg, auf dem wir uns gerade befinden, ist eine der schönsten Straßen in Hamburg. Hier stehen Pracht für Befittet und Paläste. Links sehen wir die berühmte Sloman, 1848 im Auftrag des englisch-deutschen Schiffsriegers Robert Rahls Sloman erbaut, war sie die erste konstant berühmte Villa an der Altsa. Diese Gegend lag zu diesem Zeitpunkt noch weit ab der Kontorhäuser in Stadtzentrum Hamburgs und innerhalb der Schützkulturen. Robert Rahls Sloman gehörte übrigens 1865 zu den Mitbegründern der Deutschen Gesellschaft zu retten Schiffsbrüchiger. Links im Prächtigen-Güttner-Paläe befindet sich eine Röpfschwolle-Vorschen-Grundtheater. Die ursprüngliche Villa wurde 1884 durch den Namen der Architekten Martin Haller errichtet. In der Wildstraße hat Jill Sander in ihrer ersten Motiv ihre Karriere begonnen und war auf Ungarn von dort auch bis in die 2000er Jahre wohnhaft. Untertitelung des ZDF, 2020